Grüß euch in der Quarantäne. Ich lerne in der Quarantäne viel für die Matura. Ich kann leider nicht so viel tun, weil ich mich beim Knöchel verletzt habe. Das heißt, ein bisschen Geduld zu sorgen und danach wieder allem volle Gas zu geben. Ich wünsche euch alles Gute, bleibst gesund und fertig!